So, ich wollte mal wieder ein neues Video machen und jetzt habe ich so rein fiktiv einen kleinen Raum für eine Adventure-Map gebaut. Ich weiß nicht, ob ich gerade im Game-Mode bin. Naja, jetzt bin ich wieder im Game-Mode. Also der Bug funktioniert im Voraus schon mal nur im Multiplayer und man nimmt sich sozusagen erstmal einen Block wie den hier. Und das funktioniert auch bei allen Stone Slabs, also bei allen Slabs, Half Slabs. Und dann craftet man sich erstmal so schöne Wooden Slabs nur zum Anfang und man stellt sich dann direkt auf die Half-Step drauf und placed den Block unter sich, also auf die drauf, damit es sich zu einem Block vervollständigt. Und jetzt fällt man durch den Block durch, das funktioniert auch im Survival. Und ja, den Server stelle ich dann gleich noch in die Beschreibung. Ja, ansonsten, ja, das funktioniert halt bei allen Löcken und das war's auch schon.